Hallo, ich bin's wieder. Ihr seht, der Bad ist ab und ja, ich habe was Neues mitgebracht, gekauft beim Netto. Und zwar einen Joghurt mit Hanf. Schlemme-Dessert mit Hanf, Erdbeer-Cranberry. Ah, es ist doch da Joghurt. Ich wollte gerade sagen, hier 24% Fruchtzubereitung mit Hanfsamen auf Sahnejoghurt, 10% Fett im Milchanteil, Zutaten, Sahnejoghurt, Zucker, Erdbeeren, Cranberries, Cranberriesaft aus Cranberriesaftkonzentrat, Glucose, Fructose, Sirup und hier 0,5% Hanfsamen. Dazu kommen noch natürliches Aroma und färbendes Karottenkonzentrat. Mal gucken, was das jetzt hier, wie das so schmeckt. Einhändig, echt doof. So sieht das aus. Frucht auf Joghurt. Stell mal rein. Auf dem Löffel. Da sind wohl die Hanfsamen. Die haben überhaupt keinen Geschmack. Wir haben einen Joghurt, der sehr mild ist, fast nach nichts schmeckt. Ein bisschen Erdbeer-Püree mit Knusperstückchen, die aber nichts schmecken. So sieht das aus. So sieht das aus. Da sind diese Stückchen. So sehen die aus. So sehen die aus. Schmeckt nach nichts. Wer vielleicht die Hoffnung hatte, sich da was zu gewinnen, um das dann rauchen zu können, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, gut. Also, ja. Kann man essen. Aber dann lieber normalen Joghurt mit normaler Frucht. Also, ja. Also gut. Wer es mag, der jetzt nicht so begeistert wird, den Becher noch leer essen. Weil, jetzt soll ja nichts fortkommen, nichts fortschmeißen. Also, aber, ja. Gut. Vielleicht beim nächsten Mal wieder was Leckeres. Wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.